Moin, mein Name ist Jannik. Wir sind hier, wie man unschwer erkennen kann, bei uns am Brennerstand und wir haben euch eine kleine Neuheit mitgebracht, denn das hier ist unser neuestes Gerät. Unsere BF18 mit einem glatt polierten Silberfinish, heute in der 76 cm Variante. Was haben wir dazu? Wir haben hier unseren, nicht unseren, aber den berühmten Flankenverschluss, einen der besten Flankenverschlüsse der Welt. Direkt ausschlaggebend hier direkt auch zu sehen die guten Ejektoren. Das haben wir hier noch an der Waffe, unser typisches Brenner BF18 Komplettpaket, selektiver Einabzug. Hier hinten haben wir unseren berühmten Laufwahlschalter, oben, unten, sichern. Ansonsten ist es im Grunde genommen eine vernünftige Bockflinte, Kaliber 12,76, Entschuldigung. Kommt vorbei, schaut sie euch an. Ich freue mich auf euch. Wir sind hier, Halle 6, Stand C22 und wir warten auf euch.